Vor langer Zeit, als die Bauern im Äntli-Buch gegen die Stadt Luzern aufbegehrt haben, in der Mülle, in der Fontange, ein Mann gewohnt, der mich als andere sah. Er hat gewusst zu berichten, wie die Welt einmal wie der Untergang. Er hat gewusst zu berichten, wie die Welt einmal wie der Untergang. Der Kopf abgehackt, Urs und Viktor werden geflaget, gleichfalls auch der Bruder Klaus, der Basilisk wird ins Boden gehen. Gespauten wird, der Kopf vom Kalb im Ochseshorn abgeschlagen. Die Kuh im Schlimmsten, Sturm ausgesetzt, und wie sie, der Wandersmann, der Leu muss seine Mähne lassen, der Steinbock schade leiden. Genf vergisst das Versprechen. Neue Burg bricht das Wort, so wie auch das Bierli bricht, und zittert auch die Sägericht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF,